Hi, mein Name ist Jenny Geltner aus der wunderschönen Hansestadt Streisung. Ich bin gelernte Immobilienmaklerin und Fachwirte und seit einem Jahr Inhaberin von Königkamp Immobilien. Seit 18 Jahren lebe ich Immobilien. Ich kann mir nichts schöneres vorstellen, als Menschen dabei zu begleiten, ihre größte Transaktion ihres Lebens durchzuführen. Was auch immer zu den Veränderungen beim Thema Wohnen führt, die Gründe sind so individuell und so verschieden wie die Menschen und die Immobilien selbst. Jeder hat seine Geschichte, kein Auftrag ist wie der andere. Und das macht es zu spannend. Neben fachlicher Kompetenz wird einem auch besonders soziale Kompetenz abverlangen, um die Parteien zueinander zu führen, sie zu verstehen, sie zu begleiten, zu verhandeln, zu pflichten auch. Und ja, das macht es zu spannend. Und wir handeln nicht mit Immobilien. Wir sind Wohntraumerfüller. Und das aus Leidenschaft.